Da wird nicht die Nachricht, dass Lautsprecher angeschlossen werden, sodass auch draußen, bei draußen, das Dauer ist 10 Minuten, aber ich denke, es ist ermöglicht, dass alle zuhören und dann können wir einfach für die nächste Veranstaltung noch mal auf einen anderen Raum gehen. Wir haben ja bewusst schon einen großen Raum gelegt, einen schönen Raum hier im Brasil gelegt. Ich möchte damit gerne beginnen mit der offiziellen Begrüßung, weil ich finde ja nicht, dass sie da Raumprobleme der Universität kennenzulernen, sondern etwas zu hören über einen Teil der Geschichte der Grünen-Universität. Sehr verehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, wie Sie wissen, und das ist ja ein Teil der Veranstaltungsserie, begegnet die Grünen-Universität dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Es ist ein großes, es ist ein rundes Jubiläum und es ist auch aus unserer Sicht richtig und wichtig, diesen 100 Jahre zu feiern. Es ist wichtig, auf die Leistung der Institutionen und vor allem die Leistung der beteiligten, Studierenden, Mitarbeiterinnen, Professionen und Professoren zu schauen. Gleichermaßen gilt es für uns als Selbstverständlichkeit in diesem Festweigen auch an die dunklen Seiten der Geschichte der Grünen-Universität zu erinnern und dies möchte ich im Namen des Besiegels der Grünen-Universität hier aufschreiben. Die Leitideen Liberalität, Dualität und Internationalität prägten die junge Grünen-Universität in ihrer Gründungsphase 1914. Gerade auch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die Frage, wie man mit fieberischer Gewalt umgeht, war immer auch ein Teil des universitären Alltags das Selbstverständnis ist, als Bürger-Universität in die Gesellschaft hinein, in die Stadtgesellschaft hinein wirken zu wollen. Gerade die Stifterfamilien jüdischer Herkunft legten Wert darauf, dass die maßgeblich von ihnen ins Leben gerufene Institution eine weltliche, eine säkularisierte und eine liberale Welt sich vorantreiben sollten. In diesem weltoffenen Reformklima nahm die Grünen-Universität mit ihren modernen Disziplinen, und die Goethe-Universität war von Beginn an eine Universität, die die Naturwissenschaften, Medizin, aber auch Sozialwissenschaften integrierte, dass diese weltoffene Universität mit modernen Disziplinen eine Vorreiterrolle einnehmen sollte. Dieser Gedanke fand mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ein jähnes Engel. Die Goethe-Universität wurde, so vom Frankfurter Historiker Nodger Hammerstein formuliert, Zitat, von einer hohen Schule des Geistes zur Hochschule der Gleichgeschalteten. Nur wenig später wurde ein Drittel des Lehrkörpers, insgesamt 109 Professorinnen und Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wegen ihrer jüdischen Herkunft der Universität verwiesen. Unter ihm waren Wissenschaftler die geistige Strömung und Fächer nachhaltig prägt, wie die Philosophen Martin Huber, Max Horkheimer, Theodor Adorno, aber auch die Naturwissenschaftler Hans Tellinger, Max Wertheim, sowie die Sozialwissenschaftler Karl Mannheim und Franz Hopfenheimer. Die strukturelle und auch die soziale Diskriminierung jüdischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Studierende wurde schnell unerträglich. Ab Dezember 1938 durften keine Juden mehr an der Universität Frankfurt studieren. Die, so wie es der national-konservative Rektor Walter Patzloff schrieb, die Fortentwicklung, Zitat, durch die, Zitat, nationalsozialistische Revolution in den Jahren 1933 bis 1939, sorgte dafür, dass die Universität schon ganz bald am Sinne der neuen Machthaber funktioniert. Sowohl die Leitung der Universität als auch die Professorinnen und Professoren und Studierenden reiten sich auch privat, wie auch dienstlich in Forschung und Lehre, allzu bereit in den neuen politischen Mainstream ein. Ein Einblick in die Zeit, deshalb sind Sie gekommen, meine Damen und Herren, wird uns heute mein Kollege Benjamin Bordmeier geben. Ich möchte ihm persönlich und den Unterstützerinnen und Unterstützern der Veranstaltung, namentlich dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, dem Verband der Sinti und Roma in Hessen, der GED, der Erkollegschaft, Erziehung und Wissenschaft, dem Aster der Universität und der Buga-Rosenzweiz-Stiftung, möchte ich im Namen des Präsidiums sehr herzlich danken für das Engagement, für die wichtigsten. Seine Damen und Herren, der Vortrag, den wir hören werden, wird, so nehme ich an, in Teilen schwer erträglich sein. Denn wir werden die Geschichte, uns mit der Geschichte eines Nordaus verfassen. Josef Mengele promovierte, nachdem er in München schon promoviert hat, 1937 an der Goethe-Universität, an dem bereits 1935 begründeten Institut für Abbiologie und Rassenkunde der medizinischen Fakultät dieser Universität. Wie wir wissen, arbeitete er nur wenige Jahre später im Vernichtungslager Auschwitz, wo er Menschenversüge an den dort Gefangenen durchfüllte. Er selektierte die Häftlinge, die dann in den Gaskammern vermordet wurden. Ermordet wurden mit dem Zyklon B, die IG Farben, und wir befinden uns hier ja auf dem historischen Teil des Campus Restendes, im Casino, wir haben gegenüber das ehemalige Hauptgebäude der IG Farben mit dem Zyklon B, das die IG Farben produzierte. Die Zentralverwaltung von IG Farben saß also hier. Das Unternehmen war das erste private Industrieunternehmen, das mit den BUNA-Werken im Außenlager 3 in Honowitz ein Transplantationslager plante und finanzierte, das ausschließlich für die Zwangsarbeit im Händlichen vorgesehen war. Wir wollen heute, am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, nicht die Rote Armee, an die im Nationalsozialismus und besonders den in Auschwitz ermordeten und Gefangenen gedenken. Ihr Schicksal wurde bestimmt von konkreten Akteuren der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Hinter den einzelnen Menschen stand das System. Aus den mannigfaltigen, unmittelbaren Verknüpfungen dieses Gelände, dieser Universität und dieser Stadt mit Auschwitz und dem Holocaust erwächst aus meiner Sicht eine moralische Pflicht, aus der Geschichte zu lernen und aktiv damit umzugehen. Die Goethe-Universität oder allgemein Universitäten als zentrale Bildungseinrichtung gegenwärtiger und zukünftiger Generationen haben eine sehr zentrale Rolle im gesellschaftlichen Wert, im Wissens- und der Bewusstseinsbildung. Der Blick auf die konkreten Personen und Institutionen hinter der Geschichte zeigt uns, es liegt in der Verantwortung der einzelnen Menschen, welchen Pfad die Geschichte dieser Gesellschaft und ihrer Institutionen nehmen. Aus der Beschäftigung mit der Geschichte der Goethe-Universität ergeht also gerade auch in ihrem hundertsten Jahr und mit Blick auf die Zukunft eine besondere Verantwortung, der ich als Teil des Präsidiums und das gesamte Präsidium der Goethe-Universität uns verpflichtet fühlen und auch wieder aufmerksam machen wollen. Vielen Dank. Applaus Sehr geehrte Vizepräsidentin, Prof. Dr. Brühl, sehr geehrter Prof. Ortmeier, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier am 27. Januar, dem Holocaust-Gelenktag, ein Grußwort für die Ober-Rosen-Zweig-Stiftung zu sprechen. Und als Sie Prof. Ortmeier mit der Bitte an uns herantrafen, diese Veranstaltung zu unterstützen, waren wir sofort bereit dazu. Diese Veranstaltung hat nämlich etwas mit unserem Stiftungszweck zu tun und darin heißt es die Erforschung der Geschichte des Judentums. Und das tun Sie mit dieser Veranstaltung, indem Sie zu 100-jährigen bestehender Universität Frankfurt auch an die schwarze Seite der Universitätsgeschichte erinnern. Es ist für uns heute kaum fassbar, dass ein Mann wie Josef Mengele an dieser Universität promovieren, an dem genannten Institut mit einem Thema, über das wir ja noch was hören werden und auch später arbeiten konnten. Eine Universität, die 1914 als liberale Stiftungsuniversität gegründet wurde. 36 der Stifter waren Juden, wie Moritz und Katharina Oppenheimer, die 1933 aus Verzweiflung im hohen Alter Selbstmord beginnen. Eine Universität, die als eine der ersten jüdischen Professoren beriet und 19 Jahre später 355 Dozenten aus rassischen und politischen Gründen aus der Hochschule geschasst hat. Diese Tatsache lässt uns fragen nach dem Verhältnis von Bildung und Ethik. Das Gleiche gilt für die Religion. Sie, Professor Ortmeier, sind seit 20 Jahren aktiv engagiert in der Arbeit der christlich-jüdischen Gesellschaft und wissen um das Versagen der Kirchen und religiöse Überzeugungen, die nicht nur missbraucht, sondern wirklich gegen die eigene Lehre gelesen wurden, um Menschen auszugrenzen, zu verfolgen und schließlich zu ermorden. Josef Mengele ist ein gutes Beispiel dafür. Ein gläubiger Katholik scheute sich nicht, Menschen zu quälen, zu erniedrigen und ihnen das reine Menschsein abzusprechen, was gegen jede Religion spricht. Die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeiten arbeiten seit 60 Jahren daran, das schändliche Erbe des christlichen Anti-Judaismus anzunehmen und die Erkenntnis daraus an die junge Generation weiterzugeben. Erziehung zur Mündigkeit und gegen die Versuchung des Es machen ja alle mitzumachen. Ein pädagogisches Prinzip, was auf Franz Rosenzweig zurückgeht, den Begründer des christlich-jüdischen Gesprächs auf Augenhöhe. Die Buba Rosenzweig Stiftung scheint prädestiniert zu sein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Buba war Professor an dieser Universität, wie wir bereits gehört haben, bis auch er 1933 vertrieben wurde und nach Palästina flog. Franz Rosenzweig lebte und starb in Frankfurt. Ihnen blieb das mörderische System erspart. Beide Buba und Rosenzweig lehrten an dem von Franz Rosenzweig gegründeten jüdischen Lehrhaus hier in Frankfurt, an dem auch einige der Stifter dieser Universität aktiv waren. Zeit ist's, um mit Franz Rosenzweig zu sprechen, der Geschichte ins Gesicht zu sehen und neue Fragen an sich zu stellen. Fragen, die uns die Zukunft leiten können. Zum Schürz möchte ich noch den Satz von Jean Amery zitieren, den Sie mit Sicherheit zumindest haben, das die Studierenden schon oft gelesen haben, denn er steht auf der Gedenktafel des Pötzingsbau hier am Westend Campus. Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst aufstehen kann und zur neuen Gegenwart werden könnte. Ich danke Ihnen herzlich. Applaus Ich beginne den Vortrag, Dr. Mengele und die Goethe-Universität. Wir haben hier ein Bild, was auf links und rechts steht, was ich so nicht stehen lassen kann, Stifter, Denker, Revolutionäre. 100 Jahre Höhe und 100 Jahre Höhe. Applaus Ich würde bitten, diese beiden Tafeln kurz umzudrehen, damit Sie die andere Seite der Goethe-Universität kennenlernen. Ist jetzt nicht braun, aber zumindest leer. Wir haben wirklich in der ganzen Konzeption eines Jubiläums, wo man sich freuen soll, gleichzeitig das Problem, das wird Ihnen nicht unbekannt sein, das geht in der ganzen deutschen Geschichte, wenn irgendeine Institution ein Jubiläum feiert, immer dasselbe Problem. Was war in diesen zwölf Jahren, und vielleicht doch besser gefragt, was war die 20 Jahre danach? Wo sind die alle hin? Jedenfalls, das ist eine wichtige Aufgabe, während dieses Jubiläumsjahres die NS-Zeit und die Zeit von 45 bis mindestens 65 genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit Nachdenken, mit wissenschaftlichem Ernst. Das ist einfach nicht mathematisch zu lösen. 100 Jahre kontra 12 Jahre sind doch 88 Jahre gegen 12 Jahre. So, denkt der Fliegenbeinzähler, wie Adorno gesagt hätte, also der Positivist, diese zwölf Jahre zählen wesentlich und gehören zu dieser Geschichte dazu. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass das Präsidium diese Veranstaltung hier mit unterstützt und diese ganze Reihe mit unterstützt. Ich muss noch dazu sagen, wir machen auch eine Veranstaltung für die Speyer-Stiftung, die insgesamt diese ganze Reihe mit unterstützt hat. Das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Einer der frühen jüdischen Stiftungen, denen es nicht darum ging, Großkapital und Profit zu unterstützen, sondern Sozialwissenschaften und jüdische Professuren, Institut für Sozialforschung und Ähnliches. Wir werden in weiteren Veranstaltungen darauf eingehen. Es geht eben nicht nur um die positive Seite. Mengele, seine Arbeit in Frankfurt ist eigentlich gut erforscht. Und trotzdem war in einem Freundeskreis deutlich, dass sehr wenige Leute wussten, dass er hier in Frankfurt promoviert hat. Obwohl auch im Vorfeld natürlich über 100 Jahre die Universität geregelt wurde. Es gibt eine gute wissenschaftliche Arbeit von Professor Benzenhöfer, ich weiß nicht, ob er anwesend ist, der im Ärzteblatt dazu die Details schon noch einmal zusammengefasst hat. Aber dennoch, ich wiederhole es im allgemeinen Bewusstsein, auch meiner Freundinnen und Freunde kritischer Leute, wie auch Kolleginnen und Kollegen, Professoren, waren nicht bekannt. Aus welchen Gründen kann man sich überlegen, dass Mengele der bekannteste Mensch ist, der an dieser Gründe übersichtlich promoviert hat. Es gibt niemand Bekannteres auf der ganzen Welt. Diesen Artikel habe ich jetzt, da muss ich eine Besonderheit der Powerpoint-Präsentation, die ich hier mache, sagen. Ich flutsche da manchmal rüber, weil sie die alle eigentlich schriftlich auf ihrem Platz haben, zum Nachlesen zu Hause. Das geht nur darum, dass hier ich dokumentiere, dass dies schon einigermaßen erforscht ist, was wir heute hier hören und nicht meine Forschungsergebnisse sind. Vielleicht wäre es auch nett, wenn ein paar Leute, die hier drin sitzen und die Powerpoint sehen können, ein paar von denen, die auf ihren Stühlen leiden, das draußen eben, damit die Leute auch eine Chance haben, mitzugucken. Einfach so ein paar draußen. Mengele Biografie, wie soll es anders sein? Hier sehen Sie in der starken Verbindung. Das hat er schon früh in der NSDAP 31 wahr. Kurz und gut. Ich arbeite eventuell mit der PDF, die ich noch habe, weiter, wenn das Powerpoint hilft, in dem man irgendein Problem hat. Kurze Daten bis zu Beginn seiner Mordarbeit in Auschwitz-Birkenau. Er war 1911 in Günzburg, einer Zeitstadt zwischen Ulm und Augsburg, geboren. Dort gibt es heute noch nach seinem Vater benannt, eines S-Mann, die Karl-Mengelne-Straße, wenn Sie die mal nachschlagen wollten. Dann war er Stahlhelm, 31, 37, 38, NSDAP und SS. 1940 auf dem Russlandfeldzug ausgezeichnet durch Orden. Und am 30. Mai 43 bis 45 in Auschwitz-Birkenau. Wir sehen hier ein paar Auszüge. Ich muss jetzt ganz schnell wechseln, glaube ich. Eine Sekunde. Das verstehe ich nicht, was hier jetzt passiert ist. Keine Ahnung. Da geht es wieder. Also, wir haben ein paar Daten aus der Personalakte. Hier sehen Sie die heiratende Zustimmung in der SS war ein Problem, was in dieser Zeit visotypisch war. Seine Frau hatte einen Großvater, der nicht ehelich geboren war. Und schon ging das Problem los. Er wurde trotzdem dann mit der Heirat aufgenommen, weil er war ja ein guter Parteigenosse. Studium, ursprünglich in München, dort auch die Promotion 1935 als Arzt. Dann hatte man Stahlung 1937 anerkannt. Und jetzt kam er ab 37 in das 35 gegründete Universitätsinstitut in der Gartenstraße 140 für Erdbiologie und Rast-Hygiene. Mein Professor Verschür. Dieser Mann hatte schon über Zwillingsforschung habilitiert und dafür war dann Mengele in Auschwitz zuständig. 1938, 1938 hat er hier an dieser Universität seine Promotion abgelegt und bis Februar 1943 wieder an der Goethe-Universität als Personal angezeigt, noch im Semester 1943, 1944. Während er in Auschwitz war, war er hier in der Personal der Goethe-Universität. Verschür war bekannt eben für seine Zwillingsforschung, hier ein Bild vor der NS-Zeit. Und man muss kurz etwas zur Arbeit von Verschür sagen. Die Situation, dass überhaupt solche Forschungen über die Erdmerkmale von Menschen gemacht werden, ist keine Erfindung der Nazis, dass das auf Rassen bezogen wurde, war auch vor den Nazis da, ist aber dennoch natürlich typisch Nazis. Aber generell ist die Frage, welche Krankheiten vererbt werden können oder welche nicht, natürlich eine nicht unwichtige Frage, die von den Nazis in diesen Forschungen genutzt wurden, um auch über absurde Dinge rassenmorphologische Untersuchungen anzustellen. So der Name der ersten Doktorarbeit in München. Eine philosophische Arbeit über untertiefe Abschnitte bei vier rassischen Gruppen. Die Arbeit in Frankfurt hieß Sippeluntersuchungen bei den Kiefer-Gaubenspalten. Hier sehen Sie das Original abgebildet. Das, was dann eben Haftschad nennt, wurde erforscht, ob das nun erblich ist oder nicht. Wir haben auch den Lebenslauf von ihm selbst beschrieben. Ich kann nur auf den Schluss verweisen. In Leipzig war er in einer Kinderklinik, auch das war für Auschwitz wichtig. Und nachher schreibt er als letztes, war er Universitätsinstitut für Erdbiologie und Rassenhygiene, zur Zeit 38 als Assistenzarzt. Das können Sie kaum erkennen, das ist eben sein ARIA-Nachweis. Und solche Dokumente, wenn Sie die unmittelbar in der Hand halten, haben Sie schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich das mal kurz so berichten darf. Der Eid auf Adolf Hitler von ihm persönlich unterschrieben, hier in unserem Universitätsarchiv. Ich schwöre, ich werde im Führer des Deutschen Reiches und folgendes Adolf Hitler treu, gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Abtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir dort helfe, bis auf die Selbsttötung dieser Adolf Hitler weit ging, wenn nicht zu 100% auch gefolgt. So, diese Dokumente, die Sie aus der Powerpoint finden, sind die Dokumente aus der Personalakte, die wir eben als typische Personalakte einstufen können, ohne große Besonderheiten, aber dann als Soldat eingezogen wurde, dass er eben ARIA war, hier diese Doktorarbeit noch einmal größer zu sehen. Das sind sozusagen die Zutaten, wo vorher in das Verbrechersystem vollständig handelnd eingetragen ist. Denn die eigentliche verbrecherische Arbeit, darüber kann man streiten, ist erst einmal auch eine geistige Arbeit, die ja in den Nürnberger Prozessen zum Teil bei dem herausgebenden Störpers Rüders Streicher auch verfolgt wurde, aber im großen Ganzen fragt man, hat jemand mit der Hand jemanden umgebracht, ja oder nein? Das hat zum Beispiel der Vorgesetzte von Mengele, Herr Schür, nicht getan. Für mich ein mindestens so großer Verbrecher wie Mengele, weil er eben die Vorarbeit geleistet hat und die ganze organisatorische Hintergrundarbeit geleistet hat. Jedenfalls Mengele kam nach seinem Soldat sein in Russland, wo er eine leichte Verletzung hatte, dann nach Auschwitz im Mai 1943. Wenn wir die Verbrechen zusammenfassen, haben sie im Kopf die Verbrechen, die eigentlich die kleineren Verbrechen sind, weil sie uns klarer sind, nämlich die Versuche und die Ermordung von einzelnen Personen. Wir haben nicht die Aussagen der Überlebenden hier in die Powerpoint-Präsentation in meinem Vortrag eingebaut. Wir haben sie abgedruckt in einer kleinen Broschüre, die für sie bereit liegt, weil es aus unserer Sicht sehr schwierig ist, das hier vorzutragen und gleichzeitig zu versuchen, Strukturen zu verstehen, weil einem das einfach sehr mitnimmt. Und Sie müssen sich auch vorstellen, dass die Menschen, die das selbst erlebt haben, wenn wir das schon nicht hören wollen, Schwierigkeiten haben, den Zuhörer zu finden, zum Teil wollten und konnten es nicht erzählen, aber sie war eine Atmosphäre, wo auch das niemand hören wollte, nicht nur wegen fehlender Empathie, auch mit Empathie, die Angehörigen, die Kinder und so weiter. Wir haben uns daher entschlossen, diese Aussagen, die sind ja nicht umsonst von den Überlebenden gemacht worden, die wollen, dass wir sie hören, dass wir sie lesen, dass wir darüber Bescheid wissen, in einer extra Broschüre zu präsentieren, um die Struktur dessen, was wir heute hier diskutieren, nicht zu sehr verputzt zu machen. Wenn wir auf Einzelschicksale eingehen, ist das eindrücklich und emotional, aber die Hauptmordaktionen waren die Selektionen. Das Problem in Auschwitz war, dass immer nur eine bestimmte Zahl in dem Vernichtungslager Auschwitz-Bürkenau anwesend sein durfte und die anderen wurden sofort mit Giftgas ermordet. Das war in den anderen großen Vernichtungslagern anders. In Treblinka, Tobibor, Pelzegg, Helmo wurden die Menschen sofort, ohne große Selektionen, alle ermordet. Das war eben in Auschwitz etwas anders, in Majdanek auch. In Auschwitz-Bürkenau war es eben Dr. Meggel, der innerhalb von Sekunden oder Minuten entschieden hat, über Hundert und Tausende von Menschen leben. Dass uns in besonders drastischer Erinnerung sind natürlich die Menschen, Experimente an Zwillingskindern, an sogenannten kleinlützigen Medikamente getestet, Fleckfieber, Experimente mit Elektroschocks bis zum Tod. Durch der Organisationsverfahren erprobt mit Todesopfern, Infektionoma erforscht, also eine Bankenkrebserkrankung, die besonders bei den Kindern vorkam, die unterlehrt waren. Das sind die medizinischen Bereiche, die zu großem Teil von der deutschen Forschungsgemeinschaft, EFG, mit hohen finanziellen Mitteln an Herrn Kershür finanziert wurden, der diese Mittel auch an Auschwitz weitergab, der eine hervorragende Ausrüstung zur Selektion der Leichen in Auschwitz-Bürkenau aufgebaut hat. Ein Arzt leistet seit vielen Hunderten, 2.300 Jahren, 2.500 Jahren ein Ei, ich werde ärztliche Verordnungen treffen zum Nutzen der Kranken, nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil. Hüten aber werde ich mich davor, wie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden. Und wir erleben das Problem, dass wir ganz verschiedene Tätertypen haben, die Schlechter, die Bürokraten, die Sadisten, die Eiskalten und die Mischung von allem war wohl Mengele. Er war in der Lage, darauf zu achten, dass hygienisch jemand ganz genau behandelt wird, um ihn danach in die Gaskammer zu schicken. Das war für ihn kein Widerspruch. Das Handwerk des Arztes einerseits und die mörderischen Konsequenzen andererseits in einer Person vereist. Bruno Simonson, die heute von 16 bis 18 Uhr hier im vorderen Raum 311 berichtet hat, hat in ihrem Buch, was ich Ihnen sehr ans Herz lege, kurz über Mengele geschrieben. Ich erinnere mich noch an Herrn Mengele, wie er breit, bannig da gestanden ist und den Daumen immer nach rechts oder nach links bewegt hat. Ich hatte keine Ahnung, was die Daumenbewegung bedeutete und dass der Herr dort Herr über Leben und Tod gewesen ist. Dann bin ich mit vielen anderen Frauen in die Duschen gekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass das auch eine Gaskammer hätte sein können. Aber nach einer Stunde in Auschwitz wusste ich das. Nach einer Stunde in Auschwitz habe ich genau gewusst, wo ich bin, in der Hölle. Die Selektionen gingen sofort nach dem Ausgeladen wurde aus den Viehwaggons los. Die Leute mussten sich aufstellen und in zwei Reihen aufgestellt. Die Kinder und die Alten und die Schwachen wurden eben auf die eine Seite gebracht. Man tat so, dass man sich besonders um sie kümmert, um sie dann diabolisch mit Lastwagen oder auch zu Fuß in die Gaskammern zu führen. Die Selektionen gehörten also zu den Aufgaben, die Dr. Mengele und viele andere Ärzte, SS-Ärzte in Auschwitz durchzuführen hatten. Und ich möchte Ihnen keinen Filmauszug von einer getroffenen Gruppe zeigen, die oft nicht erwähnt wird. Und auch Gegenstand, ich bin übrigens seit 30 Jahren in der Gesellschaft, für plötzlich wichtige Zusammenarbeit, auch dort ihren Platz finden muss, die Cindy und Roma. Vor zehn Jahren, wir erinnern heute am Schluss der Veranstaltung an die beiden, ist Ricky Adler gestorben und Karl Wojcik von der Kleinskonferenz auch. Ricky Adler hat uns kurz berichtet über seine Ankunft in Auschwitz. Und wie er Mengele gesehen hat. Ich will Ihnen das ganz kurz vorspielen. Also die Soundqualität ist nicht gut, aber es ist untertitelt. Wir wurden als Autos und dann wurden wir im Ostpark gebracht. Und da standen alle zu P-Wallons. Und in diesem P-Wallon war damals 80 bis 100 Leute eingefährt worden. Das dauerte ungefähr drei Tage, bis wir in Auschwitz anfangen. Bis wir Kinder bekommen, es ist ja los. Dann kommen wir ja hin und so. Wir haben ja keine Antwort. Aber die Eltern haben mal gefragt, die Väter, so macht es los. Und ja, der kommt in ein anderes Land, das ist in Polen. Der Name heißt, was wenn ja. Dann wird hier angesiedelt, dann kommt der Häuser. Dann ist dann auch in Polen, das alles selber war. Ja gut, wir haben das nur gehört. Wenn ich da ankam, in Auschwitz, das war 70 und so ein Jahr. Da mussten dann alle raus, nach drei Tagen ungefähr. Dann sind wir angekommen, alles auf dem Bahnsteig. Es war so vielmehr dann im Plateau gewesen. Da standen auch wieder SS-Männer. Und da mussten Familien sich zusammen aufstecken. Und jeder, der dann zusammengestanden hat, das wurde dann von den Nächsten geführt. Und von den Tatbuchs, die schon im Lager waren. Das waren Juden, von Tinti, Romas. Das waren, wie sagt man, politische, politische Heftige, aber auch so eine Gewinne, ja. Dann wurden wir in eine Farage geführt. Und da war der Mängel. Das war der schlimmste Mann, den man nie gesehen hat. Ich glaube, ich hätte ihn gekriegt, ich hätte es umgebracht. Da wurden wir an den Armen katoriert. Jeder bekam eine Nummer. Ich habe immer die beiden Zigeuner, die noch 20-84, so ist sie nach oben und ist nach unten gegangen. Nachdem das geschehen war, wurden wir mit den SS-Leuten und dem Unterscharführer in das Birkenau-Lager 2 gebracht. Das ist so genannte Zigeunerleitung. Das war Ricky Adler. Heute werden wir die Veranstaltung machen am Gesundheitsamt in der Raubachstraße, die jedes Jahr um 1830 eine Grundgebung um an Mängel und Verschürz und an das Zigeunerlager und die Liquidierung, die im August 1944 stattfand zu erinnern, an der Mängel wesentlich beteiligt war. Wir haben heute ein Problem, dass die Sinti und Roma in dieser verfolgten Diskussion und dieser Gruppe oft nicht wirklich bekannt sind oder noch auf Passant erwähnt werden. Deswegen ist es mein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass diese Arbeit hier in Frankfurt an diesem Erdbiologisch-Rassenhygienischen Institut eine besondere Schlagseite und eine besondere Verschärfung gegen die Sinti und Roma hatte. Das darf ich Ihnen noch kurz zeigen. Das Gebäude dieses Institutes, auf das ich kurz zurückkomme, hier in der Gartenstraße 140, gibt es heute so nicht mehr, war eben insbesondere auch für die Zwillingsforschung, aber eben auch mit 1000 Rassengutachten jedes Jahr, Vaterschaftsgutachten, beteiligt an der Zuordnung und dem Verbot für die Sterbisierung von Sinti und Roma. Die Rechtslage damals war so, dass nur nach den Gesetzen für Eugenik 33, 34 Menschen aus gesundheitlichen Gründen sterilisiert werden konnten. Aber Verschür und Nengel waren der Meinung, dass Sinti und Roma per se schwachsinnig sind und deswegen anders als das erbgerichtete Frankfurt, das 35, 36 noch sah, sterilisiert werden sollen. Diese Fragen nach der Zuordnung zu einzelnen Personen, die mehr oder minder von Vertrauen schon damals für rassisch unwürdig und für rassisch würdig benannt wurden, und galt auch Ehestandsdarlehen, die man nur bekam, wenn man eben als deutschartig eingestuft wurde. Dieser leitfahrende Rassenhygiene von Verschür, der 1946 wieder in Frankfurt eine Professur bekommen sollte, sie 1951 in Münster bekommen hat, ist voll von Hetze gegen Juden, antisemitischer Hetze und Hetze gegen Sinti und Roma. Sie sehen, dass, ich will die Passage nicht ausführlich vorlesen, gegen Juden und Zigeuner automatisch in einem Atemzug schon hier eingegangen wurde, und dass die fremdrassigen Einstiege natürlich vor allem von den Juden kamen, die eben die zehnfache Anzahl gegen Sinti und Roma hatten. Aber der NS-Staat wird schon zum völlständigen Ausscheiden führen. Die Judenfrage, so Verschür, hatte drei Teile. Man konnte sie eben aufsaugen, man konnte sie abschließen in Ghettos, man konnte sie auch sich emanzipieren lassen, alles drei funktioniert nicht. Der NS-Staat muss eine vierte Lösung, von der wir heute wissen, anstreben. Natürlich, der Rassismus war schwierig, weil die Hautfarbe nicht als einziges Kriterium kam, man brauchte ja den Judenstern nicht ganz umsonst, so war das ja nun nicht einfach. Und an der Blutgruppe konnte man ja nun Juden nicht erkennen, wie ein geschulter Mediziner wusste, wie auch die Kombination von Blutgruppen war in Polen ähnlich wie in China. Man hatte also keine Chance, anhand medizinischer Unterlagen festzustellen, zu welcher Rasse jemand gehört. Und hier kamen dann die Psychologen oder eben Mediziner, die so taten, als könnten sie anhand verschiedener körperlicher Merkmale doch eine Zuordnung durchführen. Nun, eine Sintesa, eine, wie auch heute noch üblich, oft üblich, eine Zigeunerin gesagt wird, obwohl das als Diskriminierung empfunden ist und meist nicht immer auch so gemeint ist, wollte nun also heiraten, verschwört, legt sich mit dem Erdgesundheitsamt an, der Chef von Mengele, und schickt also einen wütenden Bericht, nachdem sie, weil das Gesetz eben noch kein Löhmergesetz war, sondern die Gesetze für die Sterilisierung aufgrund medizinischer Gründe waren, schickt er also einen Brief und betont, dass es alles Tarnung bei den Zigeunern ist. Das ist getarnter Schwachsinn. Die tut so, als wäre sie so schlau, ist aber in Wirklichkeit Schwachsinn. Und verweist auf einen später auch im Frankfurten Gesundheitsamt noch 1945-tätigen Herrn Ritter, der in seinem Buch von einem getarnten Schwachsinn redet. Unter den Psychopathien sind diese Menschen auch nicht einzureichen. Es liegt vielmehr ein für die Gemeinschaft besonders gefährlicher Erbtypus vor, der ausgemerzt werden muss. Wir finden uns in den Jahren 36. Dass Katharina Reinhardt zu dem von Ritter in seinem Buch beschriebenen Erbtyp gehört, ergibt sich aus der siebten Tafel der Berliner Zigeunerarchiv einwandfrei. Was will ich damit sagen? Es waren nicht Mitgläufe, es waren nicht normale Nazis, die mich in der Nazi-Staatsbürokratie an irgendwelche Vorschriften gehalten haben. Es waren extreme Scharfmacher. Es waren extreme Rassisten. Es waren extreme Verbrecher. Die Biografie von Ottmar von Verschür zeigt auf ein Problem der Goethe-Universität, das noch nicht genau aufgearbeitet ist, nämlich die Renatifizierung nach 1949. Nach seinen verschiedenen Studien und nachdem er in 1935 leider des Instituts hier in Frankfurt geworden war, in die NSDAP eingetreten und die ganze Karriere war 1942 im Kalterdiener-Institut in Berlin und hat von Engelert dort die Körperteile des Skeletters, der von Engelert ermordeten, hingeschickt bekommen. Diese Biografie ist erschreckt für die Bundesrepublik insgesamt, aber auch für die universitäre Landschaft nach 1946. Dieser Zentrale des Kaiser-Universität-Instituts von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert, hat bewusst angegeben, dass er ein Forschungsprojekt mit den Menschen in Auschwitz verbindet. Das war kein Geheimnis. Er führte das also in Berlin weiter mit seinen Auschwitz-Kontakten zu Engelert und hat dafür sehr viel Lob in der damaligen medizinischen Landschaft bekommen. Er schreibt an die DSG in einem Zwischenbericht, dass Dr. Engelert als sein Assistent mitarbeitet und als Hauptsturmführer Lagerarzt im KZ-Auschwitz-Abschnitt B2, sogenanntes Zigeunerlager, eingesetzt ist mit Genehmigung von Himmler, während eben anthropologische Untersuchungen durchgeführt. Das war also offiziell so. Gut. 1945, 1946 bemühte sich der Dekan der medizinischen Fakultät, dass das Verschürbisse wieder an dieses Institut zurückkommt. Das konnte man jetzt nicht mehr so nennen, das muss man anthropologisch oder humanmedizin nennen. Er war immerhin 1946 mit einer Geldstrafe von 300 Reichsmarkt als Mitläufer eingestuft worden. Die Publikationen hatte ich ihm vorgestellt. Und nun protestiert ein einziger, Prof. Robert Habermann, ein kundischer Widerstandskämpfer, gegen das Urteil öffentlich und erklärte in der Presse, Verschür ist kein Mitläufer, sondern einer der gefährlichsten Nazi-Aktivisten des Dritten Reiches gewesen. Ein wirklicher Vordenker der Vernichtung aus sogenannten rassischen Gründen. Das wurde in Frankfurt, da gibt es ja auch Image und Eitelkeiten, dann doch ernst genommen. Das wollte man sich nicht antun, hat also eine Ehrenerklärung für ihn abgegeben, aber gesagt, wegen der weltpolitischen Lage, das war inzwischen Nürnberger Prozess bekannt geworden, was Wengler gemacht hat und dass er mit Verschür zusammengearbeitet hat, könne man ihn aus Prestigegründen nicht nach Frankfurt holen. Nun, das hat ihn nicht groß gestört, er bekam 1951 den Lehrstuhl in Münster und wurde in Ehre 1952 zum Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, früher Rassen- und Erbbiologie, gewählt. Grundproblem, die Vorgesetzten in vielen Prozessen blieben unbehelligt, während die Untergebenen zu Recht zu unbehalten, bestraft wurden. Noch schlimmer ist, dass er 1946 das übliche Persilscheinspiel mitgespielt hat. Die Gestapo-Leute haben sich, wie sie wissen, gegenseitig bescheinigt, wie höflich sie, die Gefangenen, verhört haben. Und so auch die Ärzte. Er wurde gegen seinen Willner als Arzt in das KZ Auschwitz kommandiert. Alle, die ihn kannten, bekamen zu erfahren, wie unglücklich er darüber war und wie er unermüdlich versucht, unternahm, an die Front zu kommen. Leider vergeblich von seiner Arbeit ist nur bekannt geworden, dass er sich bemüht hat, den Kanten ein Arzt und Helfer zu sein. Zynischer geht es nicht mehr. Ich habe ihm ein bisschen schon versucht, klarzumachen, dass die Haupttätigkeit die verbrecherische in Auschwitz-Selektion war. Das waren eben Kriterien, wer ist arbeitsfähig, wer nicht. Und noch sagen wir, drei bis vier Monate in einem der 42 Außenlager von Auschwitz zu arbeiten oder nach Monowitz zu kommen. Da wurde ja gerade schon geredet im extra für die Egefarben errichteten KZ, wo die Menschen nach mehreren Monaten dann in die Gaskammern geschickt wurden, wenn sie selektiert wurden. Aber Mengele hatte sich oft freiwillig für diese Selektionen an der Rampe gemeldet, denn er musste seine, wie er es nannte, Versuchskaninchen auswählen. Also er musste gucken, wenn sich vorher Transport 200.000 jüdische Leute aus Ungarn kommen an und können sie versuchen, möglichst viele Kinder, die Zwillinge sind, hier auszusortieren. Das heißt, er stand an der Rampe nicht nur über Leben und Tod, sondern um auch für seine Habitation Material zu finden, denn er wollte habilitieren aus Auschwitz heraus mit dem Material, was er sich aus diesen großen Menschenmenge von jüdischen Leuten, die ankamen, diesen tagtäglich zu tausenden, rauszusuchen. Gleichzeitig sehen wir diesen Experimenten, die ich Ihnen eben nur sehr grob vorgestellt habe und die Sie genau in der extra Broschüre finden, war dieser ruhige Menge, der als souverän, arjenfeifend bei der Selektion dargestellt wurde, sehr ruhig sein Handwerk darin, hat dann trotzdem auch Wutausbrüche und Exzesse das sind genügend beschrieben worden in der entsprechenden Literatur gegenüber Schwangeren und seinen Kindern. Also alle Facetten der Brutalität gleichzeitig, während er den Bürokraten und den Arzt gleichzeitig markieren konnte. Doppelung nennt das die Psychologie. Einsatz von Menge, hier sehen Sie ein Luftfoto, rot eingekreist ist eben dieses sogenannte Zigeulnerlager bei B2E. Das müssen Sie sich ein Kilometer lang vorstellen, 80 Meter breit, 20.000 bis 30.000 Belege, bis die Menschen dann umgebracht wurden, 30 Baracken mit jeweils ca. 1.000 Leuten gebaut für 100 Leute, dreistöckige Betten. Das war ein riesiges Gebiet, Auschwitz insgesamt, mit Auschwitz-Stammlager über 100.000. Das waren ja riesige Städte, das war ja nicht irgendwie ein kleines Lager, wie Sie sich vorstellen, dass da etwas eingezäunt ist. Und daneben sehen Sie nicht jetzt rot, sondern nur das heftige Krankenbaulager, so konnte er zwischen beiden, da wurde er dann auch eingesetzt als Lagerarzt, hin und her laufen und sein Forschungsmaterial eben nutzen. Hier sehen Sie den Lagerplan vom Auschwitz etwas deutlicher, ein Ausschnitt, direkt neben, das konnte man sehen, aus dem Lager B2E war eben die Gaskammer links unten, in dem also die Menschen ermordet wurden. Diese Situation in Auschwitz-Birkenau, als dem größten Vernichtungslager, auch in Trenniger, Sabidor, Helmer und Bensex sind Millionen von Menschen ermordet worden, ist eben oft bekannter. Und hier sieht man eben auch das Zusammenspiel, dass man erst die Leute inhaskiert, auswählt und dann aus der Selektion ermordet. Das letzte Verbrechen wollte ich Ihnen dann doch vorstellen, was Mengele gemacht hat. Er hat sich nämlich wirklich versucht, für seine Sinti-Oma-Kinder, die Zigeunerkinder nahm, einzusetzen. Er wollte nicht, dass sie umgebracht werden. Die Rotarmee kam, man hörte den Kanonendonner. Und er wollte nicht, dass die Kinder umgebracht werden, denn das war sein Versuchsmaterial. Das war sein Motiv. Er hat zwei Tage lang versucht, die Ermordung dieser Kinder zu verhindern. Und als ihm das nicht genehmigt wurde, weil es absurd schien, hat er sie eigenständig, 14 Kinder, selber erschossen. Das ist einer der kleinen, letzten Verbrechen von diesem Mann, über dessen Leben nach 1945 ich nun zu berichten habe. Auch nicht unfühlig. Aus der Flucht am 17. Januar aus Auschwitz-Birkenau, ist er in einem bedachtbartes oder weiter entferntes KZ, er hat die Rosen, Groß Rosen, dann ins Traversbrück, hat dort noch selektiert, um sich dann in einem Wehrmachtslazarett eine Wehrmachtsuniform zu besorgen, die SS-Uniform auszuziehen. Er hatte darauf geachtet, dass ihm nicht die SS-Blutgruppen-Tätowierung unter dem Arm, die anderen, eintätowiert wurde. Er konnte insofern als Wehrmachtsangehöriger erst einmal untertauchen, hat sich einen anderen Ausweis besorgt und auf den Namen Fritz Hollmann taucht in der Nähe von seiner Familie runter, wird von seiner Familie ernährt, versorgt, hat drei Jahre in einem Bauernhof als Knecht gearbeitet und in Kontakt mit dem nun wieder aufgebauten Netzwerk der untergetauchten Nazis, die sogenannten Natenlinien, aufgenommen, die zum Teil auch von Kräften aus dem Vatikan, Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen massiv unterstützt wurden. Er war klug, er hat 1949 gleich einen Notar in seiner Günzburger Heimat gefunden, dem hat er überschrieben, dass er aufs Erbe verzichtet, denn er hatte Angst, dass die von ihm verstümmelten Menschen Reparationen von ihm verlangen, wieder Gutmachung, und da wollte er dann doch, dass seine Frau das Geld bekommt und er hat also so weit gedacht, dass er hier schon seinen Notar eingestellt hat. Er hat es geschafft, dann mit diesen Rattenlinien, wie es in der Sprache derjenigen, die die NS-Täter verfolgt haben, dann hieß, er hat es geschafft, seine Flucht nach Argentinien durchzuführen über das Abenteuerliche in eigener Krimi für sich, über Genua. Das Schweizer Konsulat hat ihm dann einen Rotkreuzpass ausgestellt, mit dem konnte er in Argentinien dann einen richtigen Reisepass besorgen, denn er hatte ein Problem, er wollte sich von seiner Frau Irene scheiden lassen, die von ihm, hat er einen neuen Menschen getroffen und 1953 hatte Buenos Aires offiziell, da sehen Sie die Unterschrift, Josef Mengele, den Frankfurter Einwalt Steinacker, hier in der Saarwingli-Straße, in der jüdischen Gemeinde, beauftragt, das war der Kontaktkampf für ihn, für Mengele, diese Scheidung doch in Düsseldorf durchzuführen. Er flog sogar unter falschem Namen zuerst mal nach Genf, hatte einen Urlaub in Schweiz, wo er seine zukünftige Frau, die Schwägerin, also die Frau seines Bruders, der verstorben war, hat er später geheiratet, getroffen hat, und er fuhr sogar mit diesem falschen Pass erst einmal nach Deutschland. Also, jedenfalls, das Problem mit der Scheidung war gelöst, er kehrte zurück nach Argentinien, baute in Kontakt mit seinem Vater, mit der Firma Mengele und Söhne, wurde extra aus dem Sohn so genannt, von diesem Vater, begann also Geschäfte zu machen, um die landwirtschaftlichen Maschinen zu importieren nach Argentinien, und geht auf die deutsche Botschaft und sagt, hier, es war ein Problem, ich hatte irgendwie nach dem Krieg irgendwie falsche Papiere, aber ich habe jetzt meine Geburtserkunde, ich bin der Herr Mengele, könnten Sie mir bitte einen Pass auf meinen richtigen Namen ausstellen. Das wurde ja für kein Problem, ich war schon bei Rittentropfen, außen, ab mit den kroatischen Ustanza-Faschisten zusammen verarbeitet, wir besorgen Ihnen den Pass. Ich fasse das in meinen Worten für mich zusammen, es wird etwas anders gewesen sein, aber der Struktur nach war es so. Jedenfalls, die Bundesrepublik Deutschland hat auf den internationalen Kriegsverbrechern besuchten Dr. Mengele einen richtig offiziellen Pass ausgestellt, denn er stand ja nicht aus der internen Suchliste, er war ja kein Teil der Krimineller, der gesucht wurde, und Interpol war weitgehend in der Hand eines französischen Nazikollaborateurs, der damals nun auch nicht gerade auf der Suche nach Naziverbrechern, es gab ja nicht nur Mengele, nicht hilfreich war. Gegen ihn liegt nichts vor, also bekam er seinen Pass, und nun ging er ganz, wie man sagt, frech, zum zweiten Mal nach Deutschland, aber diesmal legal, mit seinem richtigen deutschen Pass, ganz legal besucht er seine Heimatstadt, Gülsburg. Er fährt wieder zurück und man findet in einer hochweichen Zeitschrift, wo er seine Filterwochen mit seiner neuen verbraucht, diese kleine Notiz, die wir gefunden haben. Josef Mengele und Marta Maria Will, das sind drei Vornamen, haben geheiratet, das war also offiziell bekannt, wenn es eine Interpol gegeben hätte, und er war auch so gnädig seiner Frau zu erlauben, sich in dieses Buenos Aires Telefonbuch eintragen zu lassen, seine Frau mit dem dritten Vornamen Mengele Will, im Google Map können Sie das Haus finden, im Vorort von Buenos Aires, eine kleine schöne Villa, und das war offiziell für jedermann innerhalb von fünf Sekunden in einem Telefonbuch zu finden. 1958 bekam Hermann Langwein, der für Frankfurt eine wichtige Rolle gespielt hat, auch als Mitkämpfer mit Fritz Bauer für den Auschwitz-Prozess, eine Strafanzeige gestellt gegen Mengele, und die wurde erst mal abgelehnt, der ging zum Staatsanwalt, und Mengele war nicht so bekannt bei den Staatsanwälten wie bei den Überlebenden von Auschwitz, wo hatten wir als letztes gewohnt. Da sagte er, Herr Langwein, das weiß ich nicht, das kann ich Ihrer Anzeige nicht entgegennehmen. Hatte Mengele in die Akte hingeschmissen, ist weggegangen, hat recherchiert, hat rausbekommen, dass der letzte Urlaub von Auschwitz in Freiburg war, und der Freiburger Staatsanwalt hat dann tatsächlich die erste Anzeige angenommen und den ersten Haftbefehl ausgestellt. Am 5. Juni 1959. Nun kommt die Frage von der Goethe-Universität wieder mitten ins Spiel, denn Langwein hat gesagt, wie gibt es das, dass dieser Verbrecher noch den Doktortitel hat. Hatte eine Korrespondenz angefangen, wurde erst mal abgefertigt von der Goethe-Universität, wir dürfen nicht sagen Personalschutz, also Täterschutz, Personalaktenschutz, hat aber dann ein Verfahren selber eingeleitet und 1961 ihm den Titel aberkannt. Und es muss Dr. Mengele in Buenos Aires tief betroffen haben, denn er beauftragt seine Frau Marta, die inzwischen aus Lateinamerika in die Schweiz zurückgegangen war, wurde momentan doch intensiver nach Mengele gefahren, und er zwitschte zwischen Paraguay, Argentinien und dann vor allem Brasilien hin und her. Paraguay hat er die Staatsbürgerschaft erworben, weil sie nicht auslieferten. Jedenfalls hat er dem Frankfurter Anwalt Steiner, der ihm schon bei der Scheide geholfen hat, berüchtigter Anwalt, auch nach einem Auschwitz-Prozess und späteren Prozessen gegen SS-Ärzte, beauftragt, gegen die Goethe-Universität zu klagen. Was dieser Mann auch in drei Instanzen getan hat, bis 1964 gibt es also aus dem Exil von Mengele Anwalt einen juristischen Streit mit der Goethe-Universität, den Mengele dann verloren hat. Tatsächlich wurde eben 1964, das ist eine gemeinsame Erklärung von der Münchner und der Frankfurter Universität, der Doktortitel aberkannt. Als unwürdig. Es gibt viele andere, die verschüren, da haben wir noch was zu tun, liebe Anwesende, denen der Professorentitel oder der Doktortitel oder ähnliches dringend aberkannt werden müsste. Vielen Dank. Der Wortlaut, der zur Ehre der Goethe-Universität am heutigen Jubiläumsjahr durchaus genannt werden soll, ist, dass der ehemalige Arzt, die Ursachmängel nicht mehr berechtigt ist, einen Doktorgrad zu führen, wegen der Verbrechen, der er als Arzt im KZ-Ausschuss begangen hat. Die Entziehungsbeschlüsse sind jetzt rechtsträchtig, das ging bis zum Bundesverwaltungsgerichtshof. Das Ganze ist insofern aber traurig, dass die Universität nicht von selbst diese Initiative ergriffen hat, was ja eigentlich im Interesse dieser Universität hätte sein müssen, sondern dass immer wieder die Überlebenden waren, die sozusagen als Quertreiber, als Nervensäge, als, wie heißt das, Nazi hier, da habt ihr das schon mal gehört? dargestellt wurden, was eigentlich die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft gewesen wäre, die nicht verfolgt waren. Also, das ist eine eigene Geschichte, diese Frage, wie dieser Anwalt Steinacker hier in Frankfurt sich in diesen Kampf um die Doktorwürden mit Mängel eingesetzt hat. Ich habe es schon erwähnt, dass dieser Pass in Paraguay auf jeden Fall, wenn er erwischt worden wäre, Eichmann war kurz vorher entführt worden, hätte ihn das also einigermaßen geschützt, er ist aber trotzdem sicherheitshalber bis 1989 in Brasilien untergetaucht, mit einem dann doch neuen Namen, mit dem Telefonbuch, die Nummer, die hat nicht lange genug gegangen, ging das nicht mehr. Es war aber jetzt weltweit auch nach ihm gesucht worden, der Frankfurter Auschwitz-Prozess hatte ja stattgefunden. Und er ist unter seinem neuen Namen Wolfgang Gerhard dann bei einem Badeunfall in Brasilien schlicht und einfach gestorben. 1985 wurde das Endkönig, man hatte modernen Möglichkeiten festzustellen, ob die Leiche nun wirklich die Mängel der Leiche ist oder nur vorgeschoben. Es ist allgemein klar, 1985 wurde es bekannt gegeben, dass seine Leiche wirklich die Leiche von Dr. Mängel ist und so wurde das Strafverfahren dann 1985 eingestellt. Es gibt jetzt Nachfragen und Diskussionsmöglichkeiten, doch bevor ich das eröffne, ist mir noch wichtig, auch vor Dr. Keller hinzuweisen, wo ich nicht weiß, wo die sitzt. Da sitzt sie, die diese Arbeit hier in der Vorhinsstelle mitgemacht hat und Katharein, die bei mir promoviert, über das, was haben die Leute im Kopf so, nennt, also kollektives Gedächtnis, hier auch an der Universitätsumfrage unter Studierenden der Pädagogik und wir haben also diese Arbeit hier wirklich zusammen gemacht und das gehört also zu diesen merkwürdigen Ritualen von ständigen, professoralen Dingen, dass man auf die Mitarbeiter zu wenig hinweist, das ist ganz klar und nicht einfach nur eine Flostel, das ist ohne diese anderen Menschen, die mithelfen bei diesen Forschungen nicht geht. Insofern gebe ich jetzt für die Nachfragen und die Gespräche an. Da gibt es die erste Nachfrage. Ich dachte, ursprünglich würde es im Mikro rumwürzen, das wird aber, das ist schwierig. Können Sie laut reden, wir wiederholen die Frage. Ich habe nur eine kurze Frage. Warum wurde Eichmann gefasst und warum Mengele nicht? Eichmann ist von einem Kommando des Mossads aufgespürt worden und das war erstmal schon eine internationale Kommunikation und es gab eben ganz interessante, wichtige Gründe, warum Mengele doch besser aufgepasst hat als Eichmann. Das war ein anderer Typ, der sich besser versteckt hat. Oder erlag das Sache, dass Eichmann ein besonderer Jugendwälder war? Ich denke, dass Mengele die selben Emotionen auslöst wie Eichmann. Das glaube ich nicht. Sie haben mich gefragt, ich habe nach besten Listen gewissen. Die Antwort. Weitere Fragen bitte. Drehen Sie ganz kurz auf, ich wiederhole die Frage, wenn man sie nicht hören kann. Gibt es einen Grund, warum Sie den Namen Dr. Justin nicht genannt haben? Es gibt keinen Grund, außer dass ich in dem Fall kein Dokument von mir zu dieser ersten Zeit in Frankfurt hatte. Dritter und Justin waren zusammen die Gutachter, die sämtliche Sinti und Roma, weitgehend sämtliche, versucht haben einzuordnen, die Sprache zu erlernen, sich dort einzuschleichen und zu den größten Mordvorbereitungen, die Sinti und Roma gehört haben, 1946 hier in Frankfurt im Gesundheitsamt wieder gearbeitet haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich daraus aufmerksam gemacht haben, dass Frau Justin, Eva Justin, genau wie Richard in diese Riege der Verbrecher hineingehört. Ich habe 1967 bis 1973 in Frankfurt Medizin studiert und da gab es immer das Gerücht, dass es eine umfangreiche anthropologische Schellforschung gab, soweit ich weiß, dass ich nach Berlin und auch nach Freiburg sehr viele extra getötete Menschen Kopfabgeschwitten und dort bis in die 70er Jahre hinein wurden die Sammlungen aufrechterhalten. Das ist richtig. Wer weiß denn, hat da jemand geporstet? Ernst Klee, heute in der Rundscheine, großer Artikel empfehle ich Ihnen, ist derjenige, der hier am genausten, das war ein SS-Institut in Freiburg, in Berlin war es eben das Kaiser-Wilhelm-Institut, eine universitäre Einrichtung und in dieser abgestellten Köpfe und Tutproben und Augäpfel und was alles fürchterliches war, sind in diese beiden Institute hauptsächlich verschickt worden und Ernst Klee empfehle ich das Buch Auschwitz, Personenlexikon, frisch 2013 erschienen, da wird diese Sache genauer dargelegt. Vorwort von Keele. Vorwort von Lektor Keele, Herr Bausgeber der Schwarzen Reihen, ich wollte anwesend zu meinen, ich glaube nicht, dass in Frankfurt die Keele auch bewahrt sind, ich habe darüber keine Hinweise, sondern in Freiburg in Berlin. Die wurden von Auschwitz dorthin geschickt, nicht von Frankfurt, ich bin dabei kein Medizinbeschiffler. Ich bin da nicht für den Mängel, sondern jemand anderes, aber es gab diese Schädel. In Frankfurt sind sie in den 90er Jahren bewahrt, erdigt worden. Es gab sie. Der Kollege sagt hier, dass in den 90er Jahren alle Skelettteile, die gefunden wurden, wo man zum Teil nicht wusste, woher sie kommen, ordentlich, wie man das so sagen kann, beerdigt wurden, sind. 1991 auf dem Hauptfriedhof. 1991 auf dem Hauptfriedhof. Vielen Dank, Elisabeth Abendbrot. Ich damit herzlich begrüße. Bitte. Habe ich Sie nicht verstanden? Also, Sie sind ja nicht gefahren, aber Kinder und das Doktor sind bis zum Bundesgerichtshof. Es hat sich niemand von der Universität gesperrt, sondern der Beckeler hat alle Instanzen dagegen geklagt. Das ist sozusagen im Rechtsstaat sein gutes Recht, über einen Anwalt zu nehmen, dass er natürlich im Exil ist. Hat dazu geführt, dass man Steinergeist später in einem anderen Fall beim anderen Arzt auch angezeigt hat, wegen Fluchthilfe. Ich meine, was macht der Mann, der weiß, wo er wohnt, und sagt, das ist mein Anwalt, das wurde aber abgelehnt, weil der Anwalt darf das angeblich seinem Mandant nicht schaden. Da wird uns offensichtlich auch Fluchthilfe leisten. Aber das kostet doch sehr, sehr viel Geld. Sein Vater hat eine große Firma, und er hatte 10.000 Euro von einem Kurier, den Prokurist Seidelmayer, der flog ab und zu nach Argentinien mit so ein Köfferchen von Geld und hat ihn versorgt. Außerdem hat er gute Geschäfte mit den landwirtschaftlichen Maschinen seine Saat, dass die nach Argentinien importiert wurden, gemacht. Also haben wir den nicht. Es gibt eine Meldung, die mit ihm. Zweite Frage in Ihrem Redenmanuskript. Gehen Sie noch zum Zerballreich ein? Kommt jetzt. Okay. Ich lege den Abschluss. Und dann noch, wie würden Sie von den Hintergründen in Ihrem Vortrag die Stellung vom Ausschussgedenktag generell im bundesmusikamischen Bedenken einordnen? Der scheint ja, würde ich jetzt auch noch, sehr marginalisiert zu sein. Kommt auch noch im dritten Teil. Okay. Da ist eine Frage. Es wurde darüber gesprochen, dass der Doktor, die in den Arbeit haben würde, durfte er denn als Arzt noch praktizieren? Ja. Er hat nicht weiter seit 2020. Also er war in Südamerika, hat dort keine Arztpraxis aufgemacht, sondern hat als Industrieller gearbeitet. Man hat rechtlich gesehen. Das wäre nicht möglich, wenn der Titel aberkannt wurde, ist ihm ja faktisch die Möglichkeit zu noch einmal. Okay. Wir haben ja das Institut für vergleichende Irrelevanz nicht mehr. Wir müssen nach der Irrelevanz von Fragen natürlich fragen, ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, wie das juristisch ist. Also ich gehe davon aus, dass er ja als Kriegsverbrecher in Deutschland besucht und zumindest ab 64 verhaftet und vor Gericht gestellt worden wäre, und auch nicht als Gefängnisarzt hätte mehr arbeiten können. Eigentlich nur ganz kurz. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie geben auch die ganze Aferkennung des Doktor-Titels ein. Warum wurde in allen Dr. Das ist einfach und klar. Er hat gefragt, warum auch ich jetzt in und von Dr. Menge spreche, denn es ist doch aberkannter Titel. Wir haben einen historischen Blick auf die Sache und es ist wichtig zu verstehen, dass ein Arzt mit seinem Titel und ein Professor mit seinem Titel, es ist wichtig für Studierende, zu verstehen, dass dieser sogenannte Halbgott in Weiß, dass diese Professoren zu verbrechern werden können. Und von daher ist es richtig, dass Sie mich auf das Problem hinweisen, ich versuche hier auf die Aberkennung zu gehen, Sie werden merken, nachher werde ich nur noch vermengeln, aber historisch ist es so, dass es wichtig ist zu verstehen, dass er Arzt war und Wissenschaftler und dieser Professor von Schür auch, weil dann versteht man das besser, das waren nicht irgendwelche besoffenen SA-Leute, die mit der Bierflasche einen erschlagen haben, das waren hochprofessionelle Ich habe gelesen, dass amerikanische medizinische Firmen oder pharmazeutische Firmen von den Experimenten in den Konzentrationslagern ganz allgemein, also diese Ergebnisse, dass Sie dann nach dem Krieg Sulfenamide haben. Ist das irgendwie mit Mendes Arbeit, weiß man, ob das sehr wahrscheinlich, man hat eben also Antibiotika, Sulfenamide, ich bin auch kein Mediziner, recherchiert und Proben auch an Häftigen, die nicht ermordet sind im großen Umfang gemacht, weil Fleck-Sieber sehr häusig war und wie im Einzelnen dann diese nachher patentierten Medikamente auf diese Forschung zurückgegriffen haben, ist sehr schwer nachzuvollziehen. Das sind mehrere Wortmeldungen, glaube ich, direkt dazu, aber der Reihe nach gut. Also eine Meldung war auch noch an der Tretenzer-Reihe, ja? Soll das nur jetzt zum Beispiel auch Okay, dann erst mal hier, genau, zwei Hände hin. Die meisten Sulfenamide-Untersuchungen sind im Frauen-KZ-Ravensbrück gemacht worden. Der Anlass war das Attentat auf Heidrich. Da musste der Arzt, der Heidrich versorgt hat, Heidrich war ja noch 14 Tage gestorben und fiel bei Hitler in Ungnade. Und der Leibarzt Hitlers Morell hat gesagt, mein Sulfenamide hätte da geholfen, Ultrasektum. Und deshalb hat er diese Sulfenamide-Versuche an den jungen polnischen Studentinnen und Schülerinnen durchgeführt. Und dazu muss man sagen, es gab überhaupt keine Veranlassung, Sulfenamide einzusehen, und vor allem war dem Gasprand keine Diskussion. Heidrich ist nachweislich nicht an einem Gasprand gestorben. Man hat den Obduktionsbericht schlichtweg gefälscht. Und das war die Veranlassung, die diese Gasprand verliebt hat in Badensburg. Vielen Dank. Mängel war doch nicht der einzige Täter, der ist herausragend Täter. Kann man das in einem Satz mal erwähnen? Die Schuldhaftigkeit der übrigen Ärzte, die auch an Rampen tätig waren, das waren Jahrhunderte. Und vielleicht auch die Rolle der Ärztevereinigung in nationalsozialistischen Deutschland. Nur an Rampen. Sie haben das getan, ich unterstütze das, ich bin Ihrer Meinung, und selbstverständlich geht das bis in die Hilfsschulen runter. Die Aufwahl der Kinder, die sterilisiert und später ermordet wurden, begann in den Hilfsschulen. Man unterschied, ich bin ja Erziehungswissenschaftler, kein Mediziner und kein Jurist, man unterschied die brauchbaren und unbrauchbaren Hilfsschulkinder. Und da ging es los, dann haben die Lehrerinnen und Lehrer die Kinder zum Arzt geschickt, die haben ihre Feststellung gemacht, zunächst Sterilisation, und später waren es die Unterlagen für die 70 zunächst im Deutschen Reich mit oft auch Gifgas oder